Hallo und herzlich willkommen beim Radio Videomagazin und einem neuen Video aus der Kategorie Battle of Rides und dem Ergebnis des letzten Battles zwischen Taron und Helix. Nochmal zur Erklärung, Taron Multi-Launch Coaster der Intermin AG 2016 eröffnet im Phantasialbrühl, dürfte jedem bekannt sein und ist angetreten gegen Helix, den Multi-Launch Coaster von Magrides im schwedischen Liseberg. Zu beiden Bahnen findet ihr mehrere Videos hier auf dem Kanal, könnt ihr euch gerne angucken. Ihr findet zu beiden Parks Parkchecks hier oder natürlich das Battle of Rides Video, wo ich alle Pros und Kontras gegeneinander aufgeführt habe, die die beiden Bahnen haben und bei mir ist das Ganze überraschenderweise mal wieder unentschieden ausgegangen, weil ich halt beide Bahnen echt sehr cool finde, Taron aber irgendwie müh besser, ein Stückchen schon geiler, weil ich Helix irgendwie nicht so mega geil finde. Die Launches sind halt echt und ja, keine Ahnung, irgendwie fehlte da dieser Wow-Moment, aber dazu habe ich alles schon im Battle Video gesagt, hier soll es ja nur ums Ergebnis gehen. Machen wir es einfach kurz und schmerzlos. Ihr konntet ja voten per Infokarte. 1% ist irgendwo verschippt gegangen, denn es ist nicht wirklich knapp ausgegangen. 87% Stimmen für Taron und 12% der Stimmen gingen an Helix. Das ist auf jeden Fall mehr als deutlich das Ergebnis, wobei man dazu natürlich auch sagen muss, dass die meisten Leute Helix nicht gefahren sind, die hier mitgemacht haben, wovon ich ausgehe. Ich habe aber mal ein paar Meinungen für euch rausgesucht, um genau zu Seiten 3 Stück und fangen wir an mit Feniel LP. Feniel LP schreibt beide Bahnen gefahren und ich muss wirklich sagen, Taron ist für mich einfach eine andere Nummer und ist im Vergleich zu Helix einfach der absolute Knaller. Helix macht wirklich Spaß und das Layout ist Hammer, aber alles wird getrübt von dem hessischen Wartebereich und Stationsgebäude sowie fehlende Story. Zu Taron muss ich glaube ich nichts sagen. Ich sage nur Phantasial und jeder weiß, was da gezaubert wird und wie krass das einfach ist. Für mich persönlich ist es nicht wichtig, dass ein Holocaust besonders hoch ist, besonders viele Inversionen hat etc. Aber allein die Umschwünge bei Taron sich meiner Meinung nach so krass wie alle Inversionen plus Launch bei Helix anfühlen. Da fehlt bestimmt irgendwas. Von daher ist mein Gewinner ganz klar Taron. PS mehr Battle of Rides und mehr Battle of Rides wäre echt mega. Ja, so kann man uns eigentlich sagen, dass echt die Umschwünge teilweise krasser sind als so eine Inversion. Ist natürlich auch wieder Geschmackssache. Es gibt ja auch genug Leute, die einfach sagen, es muss über Kopf gehen, sonst ist eine Achterbahn nicht cool. Aber das ist auf jeden Fall mal ein Kommentar, mit dem kann ich sehr gut leben und vor allem von jemandem, der beide Bahnen gefahren ist. Mehr Battle of Rides wird es irgendwie vielleicht demnächst mal geben. Ich habe noch genug Ideen, so ist es nicht. Ich mache da schon was für euch. Kein Problem. Wir haben aber auch noch eine Meinung dabei von jemandem, der keine der beiden Bahnen gefahren ist, was ziemlich interessant sein könnte. Das ist der Coaster Maniac und ja, hört euch das mal an. Ich denke, obwohl ich beide Bahnen noch nicht gefahren bin, dass sowohl Taron und Helix beide Top-Bahnen in Europa sind. Aber aufgrund der wohl knackigeren Abschüsse, der höheren Intensität und der vielen besseren Thematisierung glaube ich schon, dass Taron die bessere Bahn ist. Ja und damit hat auf jeden Fall vollkommen recht. Beides sind Top-Achterbahnen hier in Europa und müssen sich beide nicht voreinander verstecken und haben beide ihre Daseinsberechtigung und sind beide echt gute Coaster. Aber auch die Interessante, dass halt nur durch das, was erzählt wird und der Hype Taron auf jeden Fall da schon mal besser wegkommt bei ihm. Und ja, langsam aber sicher ist die Bahn wirklich absolut overhyped und es gibt immer mehr Kommentare von Leuten, die sagen, ich bin voll enttäuscht. Ihr dürft euch halt auch nicht zu sehr im Vorfeld beeinflussen lassen und sonst was erwarten. Darf man nicht vergessen. Aber natürlich haben wir auch noch eine Stimme für Helix und zwar von onride.de. Faszination Achterbahn. Und das war schon, als wir die Bahn mehrmals gefahren sind, hatte Markus schon die Meinung, dass Helix ziemlich geil ist. Und das behält er auch bei. Bin ich der Einzige, der Helix ein Mühe vor Taron setzt? Taron ist ja ultra geil, keine Frage. Die Launches sind gut, die Umschwünge genial und die Airtime stellenweise ziemlich krass. Und natürlich das Theming, keine Frage. An Helix gefällt mir einfach dieses wunderbare Gesamtpaket. Richtig geil auf dem Berg gebaut, ein übergeiler Soundtrack und ein Layout aus dem Himmel. Da ändert auch die Geschwindigkeit der Abschlüsse nichts dran. Mir gefällt Helix besser. Ich finde Helix intensiver in Klummer besonders abends wie bei unseren Fahrten. Ja, intensiver ist Helix auf jeden Fall. Die Bahn drückt mehr, würde ich mal sagen und geht auf jeden Fall viel mehr auf dem Kreislauf. Vor allem, wenn man halt abends, wenn das Ding knacke heiß gefahren ist, eine Airtime zwei Zügen hat, wo halt durchgehend sitzen geblieben werden kann. Eine Stunde lang, das war, oh Gott. Das ist krass. Und das hat auch den einen oder anderen aus der Bahn geworfen, würde ich mal sagen. Die dabei waren, wissen, was passiert ist. Und kann ich halt auch unterstützen, so einen Kommentar. Finde ich auch cool. Und es muss auf jeden Fall auch andere Meinungen geben. Und ja, damit hätte dieses Battle Taron gewonnen. Das ist für die meisten wahrscheinlich nicht sehr überraschend, wegen diesem krassen Hype momentan. Aber es war auch ein gewünschtes Battle von vielen und ich hatte da auch mega Bock drauf, die beiden mal so gegeneinander zu vergleichen. Und ja, wie zufrieden seid ihr mit dem Ergebnis? Schreibt es in die Kommentare. Könnt ihr das nachvollziehen? Oder geht das gar nicht für euch klar? Oder war euch das klar, dass es so ausgeht? Das Kommentarfeld gehört euch feuerfrei. Und wir machen dann demnächst ein neues Battle. Ich habe da schon zwei Kandidaten, die in den Startlöchern stehen, um gegeneinander anzutreten. Das könnte auch sehr interessant werden. Wird, glaube ich, auch wieder ein Battle, wo nicht viele beide gefahren sind, aber doch einige da mitreden können. Denke ich. Lasst euch überraschen. Ansonsten war es das jetzt von mir. Abonniert diesen Kanal, um nichts mehr zu verpassen. Ich bin raus. Euer BrofisWright. Und ihr seid die Coolsten. Peace.